Melae's Silvesterparty, Dolly wird Co-Moderatorin. Melae Cyrus, 30, kann auf Dolly Parton, 76, zählen. Die einstige Disney-Schauspielerin fiebert sehnsüchtig ihrer anstehenden Silvesterparty entgegen. Um das neue Jahr einzuleuten, darf die Berühmtheit eine riesige Sause im Fernsehen feiern. Unter anderem wird die Grammy Awards-Gewinnerin Sia, 47, auf der Bühne performen. Auch Melae's Patentante Dolly sollte als Gast in der Show erscheinen. Doch nun wurde bekannt, dass die Country-Ikone sogar mit Melae durch die Show führen wird. Die 30-Jährige veröffentlichte vor kurzem auf Instagram, dass ihre Patentante eine Co-Moderatorin ihrer Silvester-Sause sein wird. Auf den geposteten Bildern haben die beiden sich sichtlich für ein Shooting im Party-Look herausgeputzt. Laut Sissan soll Dolly mit bizarren Kostümen und vielen gemeinsamen Songs rechnen, wir werden das neue Jahr auf eine lustige Weise einläuten, da bin ich mir sicher. Anführungszeichen. In einem Interview mit Us Weekly erklärte Dolly bereits, dass sie mit der Skandal-Nudel so einige Gemeinsamkeiten teile. Niemand gibt Melae Ratschläge. Sie ist genauso eigensinnig wie ich, aber wir respektieren uns beide. Und wir tauschen uns aus, verrät die Country-Legende.